Was machen wir denn? Was du willst. Die Whitview Court hat uns nie enttäuscht. Alter, es ist helllichter Tag. Easy. Kann's ja gar nicht gruselig sein. Ja. Kühörchen. Garage ist es. Doch die Garage? Ah, ultraviolett. Soll ich mal das Reacherbrett verwenden? Nein. Hab ich. Für was? Wie alt bist du? Äh. 48? Können wir das sein lassen? Wir wissen noch nicht mal wo der ist. Ah! Äh. Ah! Ich bin tot. Was? Was? Wegen deinem scheiß Weaboard. Das hat angefangen zu brennen und dann hat er mich umgebracht. Da kommt doch nix dafür. Oh. Oh ja. Das ist kaputt. Oh je. Mach das sofort, Kumpsch, der Jagd. Oh. Okay, ich weiß wo er gespawnt ist, aber du bist eh tot, denk ich mal. Wobei? Nö. Das war ein Phantom, aber klar. Nochmal? Ja. Oben. Locker. Oh, Handy, Telefon, Dings. Ah! Ist es gehört? Ja. Ja. Bist du hier? 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 Arschgeficktes Suppenhuhn. Irgendwo gegen ne Tür? Der hat gewechselt. Kleine Drecksau. Direkt die Kruzis holen. Oh. Äh, da sind Dots. Dots? Ja. Nice. Wo bist du? Wer? Ja, Box. Ah, dann sind wir ja fertig. Ja. Guck mal da, Alter. Sechs Dollar für die Fotos. Willow Street. Okay, du rennst einfach durch die Wand. Hier oben ist bis jetzt noch gar nix. Ich höre nix. Ich sehe nix. Es bewegt sich nix. Passiert nix. Ist gar kein Geist. Das war ein hässlicher Einbrecher. Ich glaube auch. Schön. Guck mal in dem Raum. Ich habe ihn sehr laut gehört. Der Raum neben dran. Äh, wir sind bei minus fünf Grad. Ich denke, das ist in Ordnung. Sicher. Also, es ist Elsa. Die Eiskönigin. UV? Wo bist du? Rede mit mir. Call me maybe. Wo bist du? Bin. Echt? Das ist ne Frage? Ich würde jetzt mal aufpassen. Dahinten flaggerts Licht im Nachbaraum. Also, irgendwie verärgerst du ihn. Greif doch grad an. Warum? Ich hatte ganz, ganz kurz EMF 5. Nein. Dann hätten wir ihn schon. Ich würde gerne dafür ein paar Fotos machen, ne? Haha. Oh, guck mal. Und da ist UV. Cool. Auf dem Boden habe ich das auch noch nie gesehen. Ja, gehen wir halt. Was für ein Versager. Wir haben uns nicht einmal angegriffen. Seid Pan steht? Da, ne? Stehe die schon immer da? Weiß nicht. Ah, mhm. Bonus für Ermittlungen. Tritt few court. Der Raum ist es nicht. Aber es könnte wieder der Flur sein. GMR 5. Es ist der Flur. Ist der wirklich ein Geist? Oder wollen die Leute nur ihre Miete nicht mehr bezahlen? Bababauu. Babauau. Babauau. Hast den Flur, hab ich schon mal gesagt. Bist du hier? Rede mit mir. Wie viele Finger halte ich hoch? Falsch. 3. Ja, könnte auch sein, dass er hier hinten in den letzten Raum gewechselt ist. Unter 0. Unter 0? Müssen wir hier nochmal die Box ausprobieren oder draußen wenigstens mal nach Orbs gucken. Bist du hier? Rede mit mir. Sprich zu mir. Der Jagdgrad. Der Tür ist offen. Aber er ist auf 10. Ah. Äh, ich hab UV. Au. Expecto Patronum. Sie sind übelst gut geworden, aber die Geister sind auch übelst schlecht geworden. Ich glaub, wir sind nicht besser geworden. Der Spiel hat nur Mitleid mit uns. Ach, Götzchen. Ja, Parabolauftrag auch noch. Ne, hier fehlen zwei EXP fürs Next Level und damit für die besseren Dots. Tanglewood? Jo. Dich hier ist an. Oh, hier ging die Tür. Junge. Der stand da gerade eben, ne? Hä, jetzt macht da aber da hinten die Türen auf. EMR 5. Ah, Götz. Okay. Bevor ich sie hinlegen konnte, ist sie schon reingelaufen, wie so ein Volltrottel. Und Geistertemperatur. Das waren keine vier Minuten. Kriegen wir doch ne Nebenaufgabe hin. Ja, die Kerze oder so. Und's Kruzelfix geht eigentlich auch schnell. Na? Du schreibst, wenn du Dots siehst, damit ich sofort auslösen kann. Ich hab ihn fotografiert! Ehrlich? Ja! Alter, nice! So cool bin ich! Haha, cooles Geisterfoto. Aber es zählt. Ah, wir können gehen. Fotos. Oh yeah. Und die besseren Dots. Das heißt, jetzt die Edgefield, ne? Mhm. Boah, Alter. Ich glaub, das wird ne Nullrunde. Möglich? Ah, Götz. Ah, Götz 5. Ich hab Ultra. Pff. Äh! Hä? Was war denn das? Er hat die Sicherung rausgemacht, während ich das Licht angemacht hab. Das war gruselig. Oh Gott. Oh, doch. Alter, du kleiner Ohrensohn. Haha, das tut dich auch mal erschreckt jetzt. Schön. Er ist hier. Haha, wie er zu macht. Der hat deine Kamera umgeworfen. Mehrfach. Ey! Verstand er. Ich bin tot. Hä? 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 Aber das Kruzzi lag doch definitiv noch im Einzugsbereich. Kannst du mir doch nicht erzählen. Nee, genau die Ecke hat's nicht gemacht. Warte mal. Was haben wir? Was fehlt? Äh, wir haben Ultra. Ach, wir haben Ultraviolett. Ja, wir haben Ultra. Ach, als ob er jetzt das zweite Kruzzi schon kaputt macht. Allererstes. Hier. Das Buch. Halt da mal rein. Hey. Ähm. Bist du hier? Wo bist du? Sprich mit mir. Äh, hä? Er kommt. Er jagt. Er geht in den Keller. Bist du auch im Keller? Ja. Oh je. Er kommt zurück aus dem Keller. Geht die Treppe hoch. Jetzt ist er weg. Entkommet dem Geist während einer Jagd ist nicht erfolgreich. Ich bin doch weggeräumt. Aber sowas von. Ja, Gefriertemperatur glaube ich nicht. Da müsste es ja eigentlich das Buch sein. Ah, es sind Dots. Ja? Ja. Hat du, hat du, Motherfucker. Äh. Na, immerhin. Das große Farmhaus. Wo waren hier, als das sich hier... Der ist jetzt immer auf dem Dachboden gewesen, glaub ich. Ah, hier hinter der Treppe. Der ist immer hinter der Treppe gewesen bisher. Ist an. Äh, ich bin hier nicht mehr raus. Kannst du uns sicher anmachen. Wenn ich die Treppe wieder finde. Hier oben EMF. Und er schmeißt Sachen rum. Ich hab mich verlaufen. Kann man zu inkompetent sein. Ah, hier. Und jetzt geht's ihm an den Kragen. Jetzt wirst du gehänselt und gekrädelt. Aha. Schreibt ins Buch. Yes. Wie zünde ich die an? Echte Maustaste. Nein. Linke Maustaste. Nein. Ich glaube, wir haben gleich unter 0 Grad. Ja. Unter 0. Wo bist du? Sit far and wide. Ah ja. Wie alt bist du? An elderly bit. Hä? Okay. Wie geht's dir? Hey. Jetzt lass mich nicht allein. Wo bist du hin? Was sind das für Runden momentan? Ah, super einfach. Hier, der mit dem Spielproblem hat. Das ist echt ein Kackboden. Die haben auch zeitweise Probleme. Kackboden. Neue Slave freigeschaltet. Albtraum. Oh je. Bis zum nächsten Mal.